so und wir sind wieder da bei let's play more of the world master wir müssen mit miet und royce hier ins elendviertel rein um nach rochers zu suchen schon gefunden ja eine ganze menge milizkämpfer das ist miet ja ja gleich moment muss erstmal nachladen hier ja sorry das kann doch nicht angehen schön über dem g hier da habt ihr keine chance gegen ich schieße mit dem raketenwerfer auf so eine kurze distanz ok außer die idioten im multiplayer aber na komm freundchen du willst es doch auch scheiße jetzt ist er auch weg super mit royce tot und wir beide sind hier also wir sind nur noch hier scheiße das schaffen wir nicht das schaffen wir nicht wo kann denn jetzt der andere schuss den um habe ich noch gekriegt und dann war ich da da geht er gut los ich nehme erst in zwei minuten auf hier ja das kennen wir bereits rest in peace mein freund hier fress den so spaß vorbei freunde weiter die setzt mir richtig zu doch noch dann der scheiße und hier ist frei so so Wir sorgen dafür, dass er nicht zu uns zurückkommt. Schneiden Sie oben den Weg ab. Wir haben keine Zeit für Verstärkung. Boah. Wow. Paketenwerfer. Holla, die Wallfe. Stark grad. Wow. Alter. Alter. Ich hasse die Hunde hier. Kann der mal sterben, bitte? Danke dafür. Scheiß auf ACOG. Wer war das? Woa. Wow. Road. Aber ich verfolge Rojas immer noch. Er geht in ein Gebäude. Sehen Sie ist Ghost. Bestätigt. Er klettert auf ein Dach und trägt einen schwarzen Sack. Das wird ihn aufhalten. Los! Wir verhindern, dass er wieder umkehrt! Weiter vor, holz von der Fahrt! Los! Los! Ich würd sagen, der hat gesessen. Das Ding ist, das ist hier so verwinkelt. Weiter! Rocha schmiert sich immer noch hier auf Seite des Elendstrippels! Lutsch! Lassen Sie sich nicht zu lange von der Militenabteilung! Blindgranaten einsetzen! Ich habe ihn wieder verloren! Ghost, leben Sie mit dir! Ja, und ich bleib mich selbst und sterb dadurch. Ja, geil. Boah, boah, boah. Vielleicht nicht ganz so geil. Geht in ein Gebäude! Nehmen Sie ihn, Ghost! Bestätigt! Er klettert auf ein Dach und trägt einen schwarzen Sack! So müssen wir uns für den Himmel aushalten! Roach! Wir verhindern, dass er wieder aufkehrt! Weiter vor, holz von Anfang! Los! Los! Boah, 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 boah! Boah, 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 boah! Weiter! Rocha schmiert sich immer noch hier auf Seite des Elendstrippels! Los! Lassen Sie sich nicht zu lange von der Miliz aufhalten! Blindgranaten einsetzen! Ich habe ihn wieder verloren! Ghost, reden Sie mit mir! Ich bin an ihm an! Er versucht sich hier unter den Kasten umzukehren! Verstand! Bleib rein dran! Woaa! Weiter! Okay! Verstand! Ich gehe auf die Dach und versuche ihn von rechts in den Weg abzuschneiden! Er muss dann abwenden! Oh! Ich stehe unter starken Beschuss von der Miliz! Ich glaube, ich kann ihn auf dem Markt nicht erfassen! Ich muss einen anderen Weg finden! Okay! Ihr war doch... Genau! Ich bin etwa einen halben Kilometer östlich vom Markt! Ich kann sehen, wie Rocha über die Däcke rechts von mir läuft! Das ist das! Gut! Wir treiben ihn näher zu ihr aus als das Hügeln! Heißt, sind ihr auch nach Rochas offen! Er kommt über die Dächer! Ich habe ihn gar nicht erst gesehen! Wir treiben ihn oben auf dem Hügel den Weg ab! Weiter in diese Richtung treiben! Los! 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 Yo! Leute! Du wirst hier echt von Kreuz und quer wirst du hier beschossen, ey! Das ist ja Hammer! Pfff! Wir brauchen den Leben uns unverletzt! Das war die hier oben ausschalten. Auf den Lächern sind immer die schlimmsten. Wir müssen hier erstmal alles safen. Schatz-Raketenwerfer-Schütze, komm her. Komm her, komm her! 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 Meine Güte! Komm her, komm her! Komm her, komm her! Komm her! Okay, Doc. Tschüss. Jo, womit hat der denn gerechnet? Ghost, ich gehe ganz nach rechts. Er entwischt uns. Nein, tut er nicht. Frontrunner, hier Bravo 6. Wir haben das Paket. Kommando, bereit zum Start. Der Heli kann kommen. Verdammt. Der Himmel ist frei. Den Heli sofort schicken. Das Kommando hört nicht auf uns. Wir sind da. Allein gestellt. Oh, oh. Scheiße. Aber die müsste ohne, ey. Alter, das war auch nicht ohne. Weil das da so verwinkelt ist, du musst das wirklich hier in jeder Ecke gucken. Oder auf jede Ecke von so einem Scheißdach, ob da einer ist. US-Army-Rangers, Private James Ramirez. Sand Bravo, wir sehen 70 Feinde in Ihrem Bereich. Bitte bestätigen. Sehr lustig Station. Negativ. Total negativ. Over. Könnte ein Fehler in einem der ACS Module sein, Sir. Sand Bravo, Systeme werden gerade auf Fehlfunktion überprüft. Der Himmel ist frei Station. Sie haben da ein paar Phantompunkte. Over. Sulu X-Ray 6. In Ihrem Bereich werden etwa 100 Feinde angezeigt. Negativ-Station. Alles bestens. Ich weiß leider auch nicht. Sonneninterferenz. Starke Sonnenflecken-Aktivitäten heute. Sierra Delta, wir haben hier vielleicht ein kleines ACS-Problem. Sehen Sie irgendwelche Feinde? Over. Wir sind überall. Sierra Delta, wiederholen Sie. Ich sehe Kampfjets über der I-590. Wie zu Ende sind Sie durchgekommen? Bereithalten. Kontaktieren die nächsten Einheiten in diesem Bereich. Verstehe. Hier Sergeant Foley. 1. Bataillon. 75. Reiner Regiment. Befehlshabender Commander von Hunter 2-1. Hören Sie mich. Over. An alle Stationen. Achtung. Satellitenüberwachung wurde deaktiviert. Geräuschüberwachungssystem sind seit nicht einsatzbereit. Oh oh. Da müssen wir wohl wieder aushelfen. Wolverines. Während der nächsten Stunde fallen. Kontraut für eine Feuerwehrfrau. Fohlen Sie noch in Schließung. Rausch und sich aus der König angreifen. Feindliche Fallschirmjäger haben ihre Position eingenommen. Wir sind aufgeschwimmen. Broker Lerow. Broker Lerow. Lachen Sie ein Blatt. Er fährt Cobble dann. Ja geil. Cobble. Oh, ja, schön, Ska-Hahn mit Shotgun. Guckt euch mal an, ey, wie die hier alle fliegen, die Russen. Schau mal an, ey, wie die hier alle fliegen, die hier alle fliegen, die hier alle fliegen. Ich sehe Rauch bei der Abschlussstelle. Da ist Wetter runtergegangen. Wir wurden entdeckt. Ramirez, Rauchhandel einsetzen. Dann morgen Deckung geben. Komm, ihr habt sie fertig. Deckung im Rauch nutzen, um am BTA vorbei in die Gasse zu gelangen. Ramirez, zur Gasse! Gitar 21, auch ne geile Waffe. Probe ich mal die Shotgun aus. Der Shotgun blickt gar nix. Oh, oh. Oh, sorry, dann. Ja, soll ich auch mal? Das ist übel, hier schön sind die Russen hier schön in die USA marschiert. Und da oben kommt Feuer, also sprich, äh, Schussfeuer. Ach, das sind unsere Jungs. Ich glaube, wir müssen hier hin, ja. Ich bin schon auf dem Weg. Oh, jawoll. Wie ist das Stinger? Oh, was haben wir hier? Intervention. Geile. Boah. Mit dem Snipen daran werde ich mich nicht gewöhnen. Zieh dich in Ihren Vormarsch mit rauf. Anser 2 ein an alle. Termaloptik einsetzen, falls vorhanden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, wir sind unten Oh, scheiße, PTR, noch einer Ja, geil Ich hab ihn eigentlich locker schon zwei, dreimal gehittet Ja, so Geht doch Ich bin kein guter Sniper, deswegen Oh, oh Ja, ach Machen wir das anders Das sind ein paar weg Nee Die haben wir schon Ja, wie der holographisches Visier, da kriege ich mal eine Krise von Ach so Schande Gehen Sie hinter etwas festes Der BDA hat Sie anvisiert Oh, lauf, Digga, lauf, 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 lauf Jawohl, es kommen beide Das gibt's doch nicht Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Schade, hätte ja, hätte ja klappen können, wir waren schon am Restaurant Scheiße, Mann Oh Gott Oh, wo wäre ich denn hier noch getroffen, ey Oh Oh Ja Ja, ach Gehen Sie hinter etwas festes Der BDA hat Sie anvisiert Oh Hi Freunde Oh oh Nein Scheiße Geil Oh Mann Jetzt wird die Helle ein bisschen aus denn In der geschissen In der geschissen Oh Okay, der zieht so seine Runde Okay, der zieht so seine Runde Oh Ja, das ging voll nach hinten los Das gibt's doch nicht, ey Okay 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 Vielen Dank.